Mit den Attraktionen des Pizollgebiet gehört unter anderem der Pizoll-Panorama-Höheweg. Der führt auf 2200 Meter in einer relativ flachen Ebenengelände, so dass er auch für Familien sehr gut geeignet ist. Dann kann man aus Schlittlen oder auf dem Wangersee die höchstgelegene, präparierte Naturreisbahn benutzen, was vor allem für Familien natürlich ein Riesenplausch ist. Der Pizoll war schon mit dem Anfang des Wintersportes der Hausberg von den Zürcher und St. Galler und man ist auch heute innerhalb einer Stunde von Zürich oder St. Gallen aus an den Talstationen von Pizoll und kommt dann direkt auf ins Skigebiet. Die Pizollbahnen haben im Sommer 16 gross investieren dürfen. Wir haben 11 Millionen in eine neue 6er Sesselbahn investiert und dazu noch in Beschneiungsanlagen auf der Bad Ragazza Seite, wo wir den tiefsten Punkt im Skigebiet jetzt neu beschneien können. Bergbahnen haben prinzipiell ein hohes Risiko, so auch bei Zollbahnen. Wir transportieren mit unseren 11 Anlagen viele hunderttausend Gäste am Berg und da kann natürlich auch immer etwas passieren. Und da ist einfach wichtig, dass wir einen guten Partner haben. Bei uns ist natürlich die Helvetia-Versicherung, die uns unterstützt, wenn mal etwas an der Arbeit geht. Bei Zollbahnen haben wir unser All-Risk-Versicherungsprodukt für Sachversicherung angewartet. Das ist ein Produkt, das speziell für Bergbahnen erweitert worden ist, damit man auch wirklich nichts vergisst. Wo man auch Betriebsunterbrüche deckt, was für so ein Unternehmen, gerade auch im Maschinenbrauch, sehr wichtig ist. Die sind ja sehr abhängig von den saisonalen Bedingungen und wenn in dem Moment etwas passiert, dann können wir dort Hand bieten. Also für mich ist der Schlüssel in einer Kundenbeziehung, dass man Vertrauen hat zueinander, damit man weiss, dass wir auch auf den Kunden zugehen und den Kunden auch auf uns zukommen können. Oder auch im Schadenfall, dass man wirklich offen reden kann, dass man auch die bestmöglichen Ziele erreichen kann. Bei Zollbahnen haben wir schon seit Jahren eine Helvetia-Göndel in Betrieb. Das ist ein Erwachsener aus einer guten Partnerschaft, die wir pflegen, auch die Helvetia sieht. Wir unterstützen die Pizzolbahnen auch mit Werbung auf der Göndel, die bei uns auf der Wannsenseite fährt. Und da sind wir sehr dankbar dafür, weil da zeigt mir auch die Verbundenheit, die wir zwischen dem Versicherer und der Pizzolbahnen haben. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020